Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Uranium. Wir sind hier in schwindelnder Höhe und hoffen endlich mal, die Siegestrasse hinter uns lassen zu können. Och ne, jetzt kommt noch so eine Olle an. Aber das schafft mein Kirikorn hoffentlich. Das macht ihm viel zu viel Schaden. Hm, ich kann es... Ne, das reicht nicht. Sorry, Kirikorn. Dann hoffe ich, dass Voltazo schneller ist. Und einfach ziemlich schnell. Ne, ist es nicht. Ich wollte nur, dass es ein paar Erfahrungspunkte kriegt, aber dann halt nicht. Ich setze mein Team viel zu sehr aufs Spiel. Das ist nicht gut. Hier hast du. So. Was hast du? Tja, nein. Ach, schon wieder dieses Olle Vieh. Dass ich gerne selber hätte. Oh, ne, du bist ein, äh, Dram-Maser. Das muss die Entwicklung sein vom... Äh, wie hieß das Vieh noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Haben wir, glaube ich, auch... Egal. So. Das ist so wieder das Tainite. Dann nehmen wir mal Metal-Links. Und... Warum bist du noch voll geheilt? Das ist nicht gut. Mit Stahl mache ich dir bestimmt nichts. Deswegen versuche ich es so. So. Das war's für dich. Okay, und dann habe ich die auch besiegt. Da warte ich eigentlich nur schnell hier ran. Jetzt muss ich mein Team wieder heilen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier nochmal zwei kleinen Schwächlinge, hier. So. Veröffnen, da... Und Metal-Links. Und dann gehen wir noch zu dem Typen, den ich jetzt hier gekonnt, ausgelassen habe. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber du willst natürlich auch kämpfen. Aber der Hintergrund sieht jetzt schon ziemlich cool aus. Okay, du hast so ein Unlichtvieh. Das macht mir nicht viel. Das macht dir umso mehr. Das ist gut. Ja, es geht. Ich hätte gehofft, dass es mehr Schaden macht. Du ziehst es zurück. Was hast du da? Ein Splendifo. Das ist die Entwicklung von dem Vogel, den wir lange Zeit dabei hatten. Es hat auch einen ziemlich coolen Ruf. Komm mit deinem Traskier. Das kriege ich hin. Ja, ja. Das interessiert mich nicht. So. Sehr gut, Kirikon. Level 60. Endlich. Das kriege ich auch hin. Hoffe ich doch. Na? Fast. Das tut weh. Das tut weh. Ich wette, Voltazu ist nicht schnell genug. Er ist ganze zwölf Level unter dem Vier, aber trotzdem. Doch. Es ist schnell genug. Sehr gut. Es gibt ein paar tolle Erfahrungspunkte für Voltazu. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Herr Typ, hast du nicht heiß? Du hast mich nicht gesehen, weil ich mich versteckt habe. Ich liebe es, mich in der Felsen zu verstecken. Äh, wieso konnte ich dich dann ansprechen, wenn ich dich nicht gesehen habe? Charles? Charles? Ich bin bestimmt zu schwach für das Vieh. Oh. Vielleicht schafft es das ja. Wenn nochmal ein Volltreffer kommt. Nee, kommt nicht. Nee. Oh, schade. Schade, schade. Es ist ja auch noch klein. Just for Sponari. Was habt ihr alle für Viecher? Verdammt. Ein Vilukat. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Typ ist. Achilles. Wann gefroren. Sorry, Dude. Geh mal mit Drachenklauer. Ja. Sehr gut. Achilles. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mach dir zu wenig Schaden. Du machst mir auch nicht viel Schaden. Was ist dieses Extreme Speed? Ist das was Neues oder? Camp man die Attack? Ich weiß es nicht. Sag es mir. Verdammt. Ich bin zu schwach. Flammenblitz. Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Das bringt dich jetzt nämlich um. Hoffentlich. Ja. Habe ich dich besiegt? Ja. Du warst nicht schnell genug. Kann ich hier rüberhüpfen? Nee. Und da ist noch ein Item. Ab. B. Ab. Wenn mich möchte... Soll ich die anderen mal besiege? Ja. Ich lass die anderen beiden mal besiegt. Ich weiß nicht inwiefern die mir hier noch helfen sollen. Verkehr. Hey Typ. Was startst du so an? Du bist ein Drachentrainer. Drache gegen Drache. Ich bin schneller. Ich bin nicht schneller, aber du bist stärker. Aber es interessiert keinen. Okay. Gut. Was hast du? Bist du Pflanze? Bist du Feuer? Du bist Drache auf jeden Fall. Aber was noch? Shit. Shit, 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 shit. Oh. Es reicht doch nicht. Okay. Dann kriege ich dich jetzt klein und dann kann ich ihn wechseln. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Bist du flug? Flug? Ja, wenn aus Dummiesel so was cooles werden könnte. Hätte ich auch schon lange eins. Du bist nicht flug. Du tust mir viel zu sehr weh. Jetzt bist du verwirrt. Oh, paralysiert. Gut, dann kann ich es heilen. Du bist immer noch vor mir. Komm, triff dich selbst. Danke. Dann setzen wir nochmal den Donnerblitz ein. Das reicht immer noch nicht. Komm, triff dich nochmal selbst. Doch nicht. Die Attack ist viel zu stark. Komm schon. Stirb. Danke. Level up für Johnny. Sehr gut. Was willst du? Die Liga ist nah. Okay. So. Schon besser. Es gibt hier unten nichts. Oder vielleicht ist da in den Steinen da noch was drin. Hallo, du da? Was bist du? Kann ich dich fangen? Vielleicht. Vielleicht kann ich dich fangen. Vielleicht auch nicht. Du bist komisch, Antaki. Komm schon, bleib bei mir. Nein. Ich benutze mal den Fensterball. Einfach so, weil ich es kann. Nee, das gefällt dir nicht. Ich möchte dich doch nur haben. Komm schon. Bleib bei mir. Ach, komm. Ja, setz doch deinen verkackten Trickroom ein. Das ist mir egal. Ich will dich fangen. Am besten heute noch. Na? Ach nee. Es gibt doch so... Ja, du hast jetzt Speckschicht. Das ist super für dich. Komm schon. Bitte. Nein. Warum nicht? Ja, jetzt hast du es wieder umgetauft. Du bist so ein Held. Du kannst gar nicht angreifen. Nur doch, es hat Psychokineser eingesetzt. Aber trotzdem. Danke. Das war doch jetzt nicht so schwer, oder? Geist Feuer. Auch interessant. Wenn man sagt, dass das der Geist eines Pokémons sei, das vor seiner Zeit gestorben ist, es führt verlorene Seelen in die, ja, keine Ahnung, ins Nachleben mit dem Licht, das es da macht. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich finde das kacke, wenn ich nie das Ganze lesen kann. Oh, da ist ein Derwimp, ein Derwimp, ein Derwimp. Ich möchte ein Derwimp, ein Derwimp. Aber ich bin zu stark für dich. Bleibst du einfach so drin? Du bist nämlich klein. Derwimp? Nein, natürlich nicht. Ich bringe dich bestimmt um mit meinem Eistrahl. Ja, es war sowas für klar. Schade. Ich nehme nicht, ich gehe in so eins. Warte mal. Du konntest es vielleicht schaffen. Einen Derwimp möchte ich jetzt noch haben. Einfach so. Komm schon, gib mir einen Derwimp, gib mir einen Derwimp, gib mir einen Derwimp. Bitte. Ne, nicht so eins. Du bist kein Derwimp. Wahrscheinlich war das das einzige Derwimp, das es im ganzen Spiel gibt. Okay, ne, war's nicht. Aber du bist noch schwächer als dein Vorgänger. Was mir nicht so sehr gefällt. Ihr seid viel zu schwach. Komm schon. Bitte noch eins. Bitte. Bitte, bitte. Mein Pharoah kam er auch noch nicht. Jetzt überlebst du. Danke. Also wir hatten eigentlich eins in der Demo, aber das zählt ja nicht. Komm schon. Nicht. Kreuzschere. Möchte es doch fangen. Einfach so. Weil ich kann. Komm. Na? Ach, ihr seid doch so blöde Viecher, echt. Ich möchte euch doch nur fangen. Ich tue euch doch nichts. Ach. Du nervst. Echt. Wenn du jetzt nochmal rausgehst, dann bringe ich dich um. Letzte Warnung. Na siehst du, geht doch. Man muss nochmal ein bisschen Gewalt androhen. Und dann klappt das schon. Sein Bauch ist mit super heißer Lava gefüllt, dass es auf seine Gegner spritzt. Das sieht ihm nicht genau. Ja, schön. Ich muss es heilen. Und ich möchte... ...doch wieder alle dabei haben. Weil da kommt wieder ein Doppelkampf. Und dann gibt es vielleicht wieder ein paar Erfahrungspünktchen. Doppelkampf. Der Wimp. Bist du nett zu mir? Der Wimp. Du magst mich doch, oder? Der Wimp. Komm schon. Nicht. Der Wimp. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bleib bei mir. Komm schon. Bitte. Yes. Und das ohne zu schwächen. Sehr gut. Wir haben ein kleines Devil. Feuer und Licht. Das ist auch interessant. Es ist sehr neugierig. Jawohl. Gut. Ihr wollt nicht kämpfen. Doch. Bei ihr, wenn ich euch anspreche. Na gut. Och nein. 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 Ich weiß immer noch nicht, wer oder was ihr seid. Deswegen nehme ich mal schon nach vorne, um kein Risikverein zu gehen. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Warum hat die Haaren jetzt eigentlich nicht angegriffen? Komm schon, das überlebst du. Bitte nicht beide den Zellen angreifen. Wieso sag ich's dann noch noch? Shit. Okay, das ist nicht sehr fiktiv. Super. Perfekt. Nicht. Die sind viel zu stark, die Roboter. Seht euch das an. Ich kann gar nichts tun. Gar nichts. Verdammt. Was soll ich dagegen tun? Komm schon. Weißt du, seid ihr stark? Das ist nicht gut. Okay, vorfnimmt es immerhin schnell. So. So, hast du das Erste? Energieball gegen dich. Oh shit, ihr habt noch mehr. Ich möchte mich zuerst um das kümmern. Ich möchte mich zuerst um das kümmern. Ich muss gleich ein... Shit. Ich muss gleich Shorni wieder beleben. und ich muss jetzt meinen Toppe lieber verschwenden. Ist mir egal. Ich will Shorni wieder haben. Shit, das hätte ich mit dem machen sollen. Egal. Donnerblitz. Oh. Komm schon. Oh. Komm schon. mein Metterlings heilen. Und dann kommt Shorni mit dem Surfer. Komm nicht zu viel Schaden, bitte. Ja, mir macht es nicht viel, Gott sei Dank. Dir macht es auch nicht so viel. Und du bist tot. Okay, ja, das wäre das andere Vieh. Wenn ich den Finsterstein benutzt hätte, dann sähe es so aus wie das Rechts. Und mir gefällt persönlich das Links besser. Denn wie. Weil ich mit dem Lila von dem rechts nicht klarkomme. Der Farb kommt. Ich finde Lila und Gelb eine furchtbare Farbkombination. Ehrlich. Gefällt mir gar nicht. So. Nein. Heilen. Bitte. Nein, dich muss ich noch nicht heilen. Setz doch mal den Donnerblitz ein. Sehr gut, Shorni. Das war eine perfekte Teamarbeit von euch zwei. Ja, ich habe euch besiegt. Ja, ich bin sehr talentiert. Gut. Ne, nicht darauf. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal wieder Schluss. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.